So, Grund für Video 2, man hört's. Und zwar hat die Lautstärkeregelung eine integrierte Lautness und dadurch fängt er dann ab einer bestimmten Lautstärke an zu schreien. Ich hoffe, das ist jetzt kein GEMA-Schrott. Sound ist doch geil. Gleich Viertel nach neun. Kiel FM. Viertel nach neun gleich. Sehr schlechte Sender-Trennung. Viertel nach neun. Die beiden Antennen sind übrigens Fake. Da ist nichts an Masse angeschlossen oder sonst irgendwas. Beide Antennen haben eine einzige Phase. Schade, hier ist ja noch gar nicht der Strand. Schade, hier ist ja noch gar nicht der Strand. Schade, hier ist ja noch gar nicht der Strand. Schade, hier ist noch gar nicht der Plastik. Bis zum nächsten Mal. 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 Beide schlagen gleichmäßig aus. Bis zum nächsten Mal.